1Live Domian Das 1Live Talk Radio 0800 220 50 50 Domian Im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 220 50 50 So Freunde, ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Talk Radio heißt, dass ihr hier anrufen könnt in tiefer Nacht, im Radio-Benz-Live oder im Fernsehen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer nochmal 0800 220 50 50 Faxnummer 0800 220 50 51 oder E-Mail-Adresse domian.wdr.de Mit wem geht es los heute? Es geht los mit Alexandra und die ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Alexandra. Um was geht es bei dir? Ja, und zwar geht es darum, dass ich jetzt seit zwei Jahren mit meinem Freund zusammen bin. Ja. Mittlerweile seit einem halben Jahr nicht mehr glücklich. Kommt auch davon mit, weil er seit zwei Jahren krankgeschrieben ist. Seit zwei Jahren? Ja, seit zwei Jahren. Begründung bei ihm, wo es sind Angstzustände. Und mittlerweile ist das so, aber Sachen, die er... Was ist da los bei dir? Ja, von der Freundin klingelt das Telefon so richtig. Sachen, die er machen will, zum Beispiel mit einem Bekannten in die Halle gehen, an irgendwelchen Autos rumschauen, macht er. Und Sachen wie zum Beispiel zum Zahnärzt. Er hat keine Zähne im Mund. Er hat keine Zähne im Mund? Nein, er war vor zwei Jahren alkoholabhängig. Und deswegen mussten ihm die Zähne rausgenommen werden. Und das schiebt er seit zwei Jahren vor sich. Und von wegen, er hat Angst vor dem Zahnärzt zu gehen. Moment. Die Zähne müssen rausgenommen werden? Die wurden komplett rausgezogen. Ach, die sind rausgezogen? Die wurden komplett rausgezogen. Weil er Alkoholiker ist? Weil er Alkoholiker war. Also er ist jetzt trocken. Und deshalb müssen die Zähne rausgenommen werden? Oder waren die schon so kaputt? Die waren nur so kaputt, dass die rausgenommen werden. Ach so, verstehe. Die waren halt ruiniert. Und was vielleicht auch mit der Alkoholsucht zusammenhängt, wie auch immer. Ja. Und deswegen mussten die, wie gesagt, rausgenommen werden. Er kümmert sich nicht darum, dass er jetzt irgendwie zum Zahnarzt kommt oder sowas in der Art. Schiebt er vor sich hin. Von wegen macht er nicht. Hat er Angst vor. Und all so Sachen. Er verdient kein Geld. Ich habe ihn mittlerweile durchgebracht. Dann auch nur in der Leere. Also auch nicht viel Geld. Versucht dann irgendwie noch klar zu kommen mit Miete und Wohnung. Also kann man sagen, jetzt mal ganz provokant gesagt, dein Typ, dein Freund ist ein Schmarotzer. Der hängt dir an der Backe. Ja. Der unternimmt nichts, um selbstständig zu sein. Der macht so seine Sachen. Irgendwie geht er in Autos basteln, hast du gesagt. Ja. Aber das ist nur für sein Hobby. Aber wenn es um handfeste Sachen geht, hängt er durch. Ja. Ja. Und seit einem halben Jahr ist deshalb auch bei euch der, hängt der Haussegen bei euch schief deshalb. Ja. Ihr wohnt auch richtig zusammen. Wir wohnen seit letztes Jahr dritt zusammen. Ja. Wie stellt er sich dem denn, wenn du das so sagst? Oder haust du gar nicht so sehr auf den Tisch bisher? Ja, also ich habe jetzt schon öfters angesprochen, von wegen, dass er zum Beispiel zum Zahnarzt geht oder dass er sich drum kümmern. Und er meinte, das kommt dann immer mit dem Argument von wegen, er ist ja krankgeschrieben und kann das nicht. Ich muss mit dem krankgeschrieben nochmal fragen. Ist er denn wirklich so schwer erkrankt, seelisch, dass das auch begründet ist? Oder hast du die Vermutung, er macht es sich da auch recht bequem in dieser Krankheit? Also mittlerweile macht er sich das, also denke ich, macht er sich das bequem. Ah, du meinst also, wenn er wollte, könnte er auch? Ja, also sage ich. Wie gesagt, so Sachen, wie er machen will, zum Beispiel Halle mit einem Kranken und so, die macht er, die er mir nicht machen, die macht er nicht. Du hast gerade ein paar Mal das erwähnt mit dem Zahnarzt. Ja. Ist dir das ein großes Anliegen, dass er zum Zahnarzt geht? Ja, auch. Warum? Ja, also ich bin der Meinung, weil er dadurch, dass er krankgeschrieben ist, verdient kein Geld. Und dadurch, ich sehe das so von wegen, wenn er jetzt auch Tränen im Mund hätte oder sehe ich das so, könnte ihm das auch besser gehen. Könnte er vielleicht eher Arbeitskriegen, könnte es uns besser gehen. Da bin ich von überzeugt, ja, dass das sicher auch dazugehört, um wieder so richtig in den Betrieb reinzukommen. Ja. Würdest du sagen, dass deine Gefühle, deine Liebe zu ihm sogar in der letzten Zeit wegen seines Verhaltens gelitten hat? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ist ihm das klar? Er kann es sich, glaube ich, vorstellen. Ich habe ihn noch nicht direkt darauf angesprochen, aber er kann es sich sicher vorstellen. Das ist aber der Punkt, Alexander. Ich finde, dass du ihm das sehr klar machen musst. Dass du ihm klar machen musst, auf welch dünnem Eis er da im Moment geht, dass er Gefahr läuft, dich zu verlieren. Und wahrscheinlich steht er dann ganz schlimm da. Mhm. Vielleicht ist ihm das wirklich nicht so, auch wie du es vermutest, so präsent im Kopf, dass er mit eurer Beziehung spielt, dass er mit dir spielt, letztendlich. Mhm. Traust du dich das? Ja, weiß ich nicht. Da habe ich Angst vor. Warum hast du Angst? Weiß ich nicht. Wie gesagt, wir sind jetzt fast zwei Jahre zusammen und weiß ich nicht. Also, ich bin in Angst, das schon irgendwie zu sagen. Ja, aber versuchen wir mal zu erklären, woher die Angst kommt. Hast du Angst, dass er dich schlägt? Nee, das nicht. Sondern? Ja, wie er reagiert. Wie könnte er reagieren? Ähm, na, sauer. Also, ich war schon mal mit ihm zusammen und da war das auch ziemlich heftig. Was heißt denn sauer? Ähm, ja, wie soll man das beschreiben? Weiß ich nicht. Ja, okay, beschreib es einfach mal, wie es da war. Ist er dann, schreit er dich an oder ist er tief beleidigt oder? Nee, also das nicht, aber er tut dann so oft Mitleid. Von wegen, ja, er kann ja nichts dafür und Krankheit und... Achso, Tränendrüse. Und dir ein schlechtes Gewissen, macht dir ein schlechtes Gewissen. Ja. Und da hast du jetzt Sorge vor, dass er es wieder tut. Mhm. Ja. Da du das einmal schon mal erlebt hast, kannst du das ja einschätzen und kannst es vielleicht auch ein bisschen durchschauen, dass das einfach auch eine Masche ist. Insofern kannst du dich eventuell auch ein bisschen wappnender geben. Ich finde, dass du das tun musst, weil du hast keine andere Möglichkeit. Du bist jetzt nach einem halben Jahr schon ziemlich unzufrieden und gefrustet und ich garantiere dir, das wird noch immer schlimmer. Und irgendwann gibt es den großen Knall und dann ist es vielleicht alles noch komplizierter. Wenn du ihm ja jetzt ganz klar sagst, hier so und so und ich möchte das so und wenn du nicht ein bisschen mir entgegenkommst, dann gehe ich irgendwann, dann kann ich nicht mehr bei dir sein. Dann ist das zumindest auch von deiner Seite aus, finde ich, auch eine faire Sache ihm gegenüber. Ja, das ist ja auch das Problem, von wegen meiner Eltern wohne ich hier und da weiß ich nicht, da habe ich, also von meinen Eltern, ich habe zwar den Rückhalt, aber die wohnen nicht einfach mal um eine Ecke, die wohnen in Berlin und da kann ich auch nicht einfach mal so hinfahren, mich bei ihnen verkriege ich schon. Ja, klar, das ist alles immer schwierig, wenn man eventuell eine Beziehung auflöst. Aber ich finde, es ist immer noch besser, das dann auf sich zu nehmen, als in so einer kranken und verkrampften und letztendlich auch vielleicht genervten oder verlogenen Beziehung zu hängen. Möchtest du vielleicht noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Nein, ich versuche es, glaube ich, jetzt so. Okay, alles Gute, Alexander. Viel Glück. Okay, danke. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 50 50, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema, dann könnt ihr gerne anrufen. Oder ihr könnt auch mailen unter domian.wdr.de. Corinna hat angerufen und Corinna ist 22 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo, Domian. Hallo, Corinna. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Schön, dass du durchgekommen bist. Genau, ja. Mein Thema ist Schlafwandeln. Schlafwandeln. Das finde ich immer sehr interessant. Ich hatte noch nicht so sehr viele Anrufer, die zu dem Thema gesprochen haben. Ja, deswegen rufe ich auch an. Das ist auch mein Anliegen, vielleicht mal ein paar andere zu treffen, denen es ähnlich geht. Du, aber lass uns erst über dich sprechen. Genau. Du bist eine richtige Schlafwandlerin. Ja, ich würde sagen, schon relativ extrem. Ich meine, viele Leute schreien ja mal im Schlaf und so weiter. Aber dich sieht man nachts auch schon mal über die Dächer laufen. Ja, so schlimm hoffentlich war es noch nicht, aber doch. Also es gibt viele Geschichten. Ich kann ja mal einfach eine rauskippen. Gerne, ja. Also angefangen, genau, weiß ich eigentlich nicht, wann es angefangen hat, aber schon seit etlichen Jahren. Also ich schätze mit sechs, sieben Jahren hat es angefangen damit. Und gerade bei Vollmond ist es eigentlich besonders extrem. Also mir ist es zum Beispiel schon mal passiert, dass ich morgens um halb vier gedacht habe, ich müsste jetzt zur Schule gehen und bin aufgestanden und habe mich angezogen, geduscht, an den Frühstückstisch gesetzt und war schon fast aus dem Haus und bin dann wach geworden und war erst mal total verwirrt. Stopp. Ja. Ich muss mich fragen. Du hast gerade, ich habe gedacht, ich muss jetzt in die Schule gehen. Ja. Hast du das so in Erinnerung? Ja. Denkt man dann oder geht das alles irgendwie unterbewusst automatisch vor sich? Ja, also das ist schwierig zu beschreiben, aber es ist nicht, man denkt ja immer erst mal das typische Schlafwandel, Augen zu oder Arme vorgestreckt. So ist es bei mir nicht. Also ich habe von anderen gehört, ich habe die Augen extrem offen. Ich kann den Zustand nur so beschreiben. Es ist eine Mischung zwischen Wachzustand und Schlafzustand. Also Teile des Gehirns sind in bewusster Aktion, sagen wir im Bewusstsein. Ja genau, also es muss ja auch so sein, weil ich meine, ich mache ja diese Sachen aktiv. Also ich weiß zum Beispiel sehr oft auch am nächsten Morgen noch, was ich getan habe. Ich denke aber in dem Moment nicht darüber nach, warum ich das tue. So, nun ist das ja eine recht putzige Sache noch, nachts um vier in die Schule gehen zu wollen. Erzähl mal vielleicht was Extremeres, wo es dann schon heikler oder auch vielleicht unter Umständen sogar gefährlich war. Ja, also eine Sache fällt mir nur ein, ich war in der Jugendverwerke und da gibt es ja diese Etasenbetten. Und ich habe oben geschlafen und das war auch mal ein fantaler Fehler. Ich habe dann, glaube ich, im Schlaf halt gedacht, ich wäre zu Hause und bin dann runtergesprungen und wirklich haarscharf ein paar Zentimetern am Tisch vorbei. Habe mir dann Knie aufgeschlagen, Ellbogen und bin dann auch aufgeworfen. Man kann mal sagen, das kann jedem passieren, der woanders schläft. Das hat vielleicht mit Schlafwandel noch nicht richtig zu tun. Wenn man es nicht gewohnt ist, im Hochbett zu schlafen, kann man vielleicht irgendwie im Nacht, im Tran irgendwie da so runterspringen. Ja, ja, das auch. Oder ich meine, die Sache ist ja, ich bin ja auch nicht von mir selber sicher. Ich kann selbst eine Tür abschließen und könnte rausgehen. Bist du schon mal rausgegangen? Nach draußen noch nicht. Also ich war kurz davor, ich war an meiner Balkontür und war kurz dabei. Aber meine Mitbewohnerin hat mich dann mehr oder weniger davon abgehalten. Das bedeutet ja eigentlich, dass du auch ein bisschen Angst vor dir selbst haben musst. Ja, also ich muss sagen, ich finde manchmal selber lustig, die Geschichten zu erzählen. Das ist immer der Brüller des Abends, wenn ich meine Geschichten auspacke. Und andere sagen dann auch so Sachen wie, ach, lass den Abwasch mal stehen, Corinna erledigt das während der Nacht. Aber für mich selber ist halt irgendwann der Punkt erreicht, wo es nicht mehr lustig ist. Mir ist auch teilweise peinlich einfach. Es könnte ja auch sein, dass du irgendwann mal nackt auf der Straße tanzt. Wer weiß, ich will es nicht hoffen. Aber es ist halt bis jetzt noch kein Rezept dagegen gefunden worden. Und ich meine, ich habe mich halt mal umgehört. Es wurde gesagt, es soll vielleicht weniger werden mit der Zeit. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Es kommt auch regelmäßig vor. Ja, also wie oft kommt es denn vor? Nur bei Vollmond oder? Nein, auch sonst. Also bei Vollmond gibt es ja auch viele Menschen, die schlecht schlafen, mache ich auch. Also wie schon mal einmal im Monat oder einmal im Vierteljahr? Also manchmal ist es ganz extrem, gerade wenn ich irgendwie jetzt nicht bei mir zu Hause bin, wo ich meine vertraute Umgebung habe. Da kann es auch wirklich schon mehrere Nächte hintereinander vorkommen. Gerade in letzter Zeit, glaube ich, war es nicht so oft. Es hängt aber auch bei mir jetzt nicht von Stress oder so ab. Das habe ich auch schon geprüft. Genau, gibt es außer dem Vollmond, gibt es irgendetwas, was du beobachtet hast, was damit im Zusammenhang steht? Dass du sagst, dann mache ich es. Ja, also ich habe mir, das ist ja das Problem, warum ich auch jetzt keine Lösung weiß, selbst im Urlaub habe ich geschlafen, wo ich wirklich in entspannter Atmosphäre bin, dann natürlich auch mal, wenn ich Stress hatte, aber das hat damit wenig zu tun. Es sind wenig äußere Einflüsse, die da irgendwie mit zusammenhängen. Bist du denn auch schon mal schlafgewandelt, wenn du bei irgendeinem Freund, bei einem Lover warst und in einer fremden Wohnung und plötzlich warst du... Nee, also das ist mir eigentlich noch nicht passiert. Ich habe dann vielleicht mal irgendwie im Schlaf ein bisschen geredet, aber das ist ja dann nicht so außergewöhnlich. Naja, kommt auf an, was man da redet. Wenn du dich gerade mit dem Vorgänger von ihm unterhältst im Schlaf, ist es auch nicht so schön. Nee, das ist mir noch nicht passiert. Wenn ich schreie, ist es sehr oft auch so etwas wie Hilfe oder so. Also meine Mitbewohnerin ist eigentlich die, die am meisten darunter leidet, die dann schon mal mit mich hier im Zimmer in Action mitbekommt und dann ins Zimmer kommt. Und das Lustige ist, wenn man mich dann anspricht und sagt einfach ganz ruhig, leg dich wieder hin, dann mache ich das auch sofort und schlaf auch sofort wieder ein. So, wenn man dich aber nicht ganz ruhig hier auf die sanfte Tour, sondern man sagt, hey Corinna, hey, 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 so. Was wäre dann? Würdest du denn zu Tour erschreckt sein? Ähm, ja, also so, meine Freunde sind nette Freunde, die machen sowas nicht. Ich würde dich gerne erschrecken, wenn du in meinem Umfeld fährst. Also ich habe gehört, man sollte es auch nicht machen. Nee, natürlich nicht. Aber die sind natürlich, gerade auch als ich noch zu Hause gewohnt habe, meine Schwester war mit der Zeit genervt davon, da war es dann nicht mehr im netten Tour und dieses Geh ins Bett zurück, sondern eher schon so, jetzt geh endlich ins Bett, du schlafwandelst du wieder. Das habe ich aber, wie gesagt, immer gemacht. Das heißt, du hast dich auch noch nicht so sehr kundig gemacht, was da los ist, woran das liegt und Hintergrund. Ja, also bin ich kundig gemacht schon. Also ich habe halt einmal ein Mädchen getroffen, der ging genauso wie mir. Oder es gab auch mal eine Reportage im Fernsehen mit dem Fazit, aber es wurde noch nichts dagegen gefunden, man kann in den Schlaflabor gehen, aber viel helfen tut es einem nicht. So, das ist also eine gute Gelegenheit, ein guter Aufhänger. Wir haben jetzt so ein bisschen was von dir erfahren. Dann würde ich gerne jetzt meine Zuschauer und Zuhörer ansprechen, wenn ihr auch Schlafwandler seid oder wenn es ein paar unter euch gibt, die vielleicht extremer noch drauf sind als Corinna und darüber erzählen möchten und vielleicht sogar Tipps haben, wie man damit umgeht und wie man da therapeutisch, weiß ich gar nicht, auch vielleicht rangehen könnte, anrufen oder mailen. Dann stellen wir euch heute oder morgen in die Sendung und Corinna spitzt die Ohren und kann vielleicht was daraus lernen. Genau, das war auch eigentlich das Einzige. Das wäre toll, wenn da vielleicht irgendwelches Feedback kommt, dass man sich mal... Also Schlafwandler der Nationen ran ans Telefon. Genau, genau das. Gut, Corinna, du bleibst bei uns und hörst zu. Ja, genau. Okay, tschüss. Alexander, 17 Jahre alt. Halt, hier ist er. Hallo. Hallo. Hallo, Alexander. Bist du auch Schlafwandler? Äh, nee, ja, im Gegenteil, ich schlafe sehr viel. Du schläfst sehr viel? Ja. Aber das ist nicht das Thema, weswegen du anrufst? Nee, eigentlich nicht. Nämlich? Weswegen du anrufst? Also, weil es gibt halt Probleme hier zu Hause. Meine Mama sagt, ich würde mich vergraben und sowas. Und von der Außenwelt abschließen. Hattest du recht? Ja. Ja? Ja. Erklär mal so die Grundfakten zu deinem Leben. Bist du, ähm, noch Schüler? Ich bin jetzt noch Schüler, ja. Aber zur Schule gehst du? Ich gehe auch zur Schule. Ja. Im Moment bin ich beim Praktikum. Ja. Und was meint denn deine Mutter mit Eingraben? Naja, meine Eltern haben sich letztes Jahr im November getrennt. Und dann habe ich bei meiner Mutter gewohnt. Alleine? Oder gibt es noch ein bisschen? Mit meinem Bruder zusammen. Ja. Der ist jetzt 14, äh, geistig behindert. Ja. Und im Januar dann hat mein Vater sich erhängt. Aha. Und seitdem ging das dann los, dass es immer mehr abwärts ging, dass ich zu nichts mehr Lust hatte, nur noch zu Hause geblieben bin, stundenlang im Fernseher da vorm Computer gesessen habe. Lass mich nochmal fragen zu dem Unglück deines Vaters. Die Eltern hatten sich getrennt und er hat sich dann irgendwo anders in einer neuen Wohnung das Leben genommen oder wo ist das passiert? Ja, wir haben vorher zusammen gewohnt in einer Wohnung und er ist dann später... Hallo. Hallo. Ach du liebe Zeit. Ich sehe schon wieder, wir haben Glück mit unserer Technik, mit unserer Telefoneinlage. Sämtliche Leitungen sind weggebrochen. Wir versuchen irgendetwas zu arrangieren und machen bis dahin etwas Musik. 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 So, auf unserer Notleitung, unsere gesamte Anlage ist immer noch hier kaputt, auf unserer Notleitung ist der Alexander wieder. Hallo, Alexander. Hallo? Hallo? Hörst du mich, Alexander? Ja, ich höre. Ich hatte den Fernseher jetzt nur wieder abgemacht. Schön, dass du wieder da bist. Das heißt, wir können uns weiter unterhalten. Ja. Also die Eltern haben sich getrennt. Danach hat dein Vater sich erhängt. Ja. In einer neuen Wohnung oder wo hat er es gemacht? Ja, wie gesagt, wir haben vorher zusammen gewohnt und dann ist er einfach in das Nachbarhaus gezogen, in eine neue Wohnung und da hat er sich dann erhängt. Wer hat ihn gefunden? Arbeitskollegen, weil er hätte um zehn bei der Arbeit sein müssen und er ist nicht gekommen und dann haben die nach ihm geguckt und haben ihn gefunden. Ja. Wie war dein Verhältnis zu deinem Vater? Es ist ein gemischtes Verhältnis gewesen, weil auf der einen Seite war es gut und positiv, er war nett zu mir und auf der anderen Seite hat er mich geschlagen und gesagt, ich wäre ein Versager und ich würde es zu nichts bringen und sowas. Das ist natürlich schlimm, wenn der Vater das sagt und wenn der Vater den Sohn, hat er dich früher als Kind auch geschlagen, jetzt bis hin in dein jetziges Alter hinein? Ja, wann ging das los? Wann es losging, kann ich nicht mehr genau sagen, aber aufgehört hat so mit 15, 15,5 ungefähr. Ja, also noch gar nicht so lange. Ich habe ihn einfach nicht mehr zugelassen. Ich habe mich dann auch gewehrt. Ja. Hast du ihn jetzt, nachdem deine Eltern sich getrennt hatten, hast du ihn in seiner Wohnung auch manchmal besucht? In der neuen Wohnung, wo er sich dann auch das Leben genommen hat, dann nicht mehr. Das war, also sich das Leben genommen hat, war das gerade nach dem Einzug da, aber vorher noch das letzte Mal war das dann gut zwei Wochen vorher, habe ich noch das letzte Mal gesehen. Ja. Wie hast du das aufgenommen, als du das gehört hast? Das hört sich jetzt gleich komisch an, als meine Eltern, also als meine Mama mir das erzählt hat, bin ich in mein Zimmer gegangen und habe Fernsehen geguckt. Ich habe nicht geweint und gar nichts. Ja. Irgendein Programm? Einfach so Fernsehen geguckt? Einfach Fernsehen geguckt. Ja. Und bei der Beerdigung, hast du da geweint? Ja. Was aber sehr, sehr spät war. Es war nicht von Anfang an so, es kam auf einmal ganz plötzlich. Ja. Wie gehen die anderen Familienmitglieder mit diesem Unglück um, deine Mutter und der Bruder? Weil mein Bruder weiß jetzt nicht genau, weil der gar nicht darüber spricht. Ja. Und, naja, meine Mama, der ist jetzt ziemlich egal. Ja. Weil das alles schon zerrottet war. Sie war auch nicht glücklich in der Beziehung und ihr war das egal. So, jetzt gibt es da einen Zusammenhang, seitdem der Vater das getan hat. Du hast gesagt, im Januar, ne, glaube ich. Ja. Ist es so, dass du seit dieser Zeit dich, wie deine Mutter meint, dass du dich so einigelst und völlig zurückziehst? Ja. Seitdem ging das los. Also vorher lief alles, war alles so im grünen Bereich, alles normal? Vorher war ich aufgeschlossen. Ich war oft unterwegs, hab viel mit Freunden gemacht, zu Hause geholfen. Ja. Und wie sieht dein Leben jetzt aus? Du gehst also zur Schule, hast du gesagt. Und was machst du so abends oder am Wochenende deiner Freizeit? Nur zu Hause? Ja, ich geh zur Schule und wenn ich wieder komme, geh ich meistens hoch in mein Zimmer und beschäftige mich da irgendwie. Mit was? Sie können Fernsehen gucken, Computer spielen, irgendwie sowas. Lesen. Aber du hast vorher ja auch Freunde gehabt. Freunde, immer auch weg, aber es ist seltener geworden. Da war gerade eine kleine Störung in der Leitung. Ich hatte gefragt, du hattest ja auch vorher Freunde. Ja, hatte ich. Und die sind jetzt auch, die, ja gut, wenn man sich selbst zurückzieht, irgendwann kommen die Freunde auch nicht mehr, ne? Also meine alten Freunde, die ich da hatte, wir sind jetzt umgezogen in einen Ort weiter, die sind gar nicht mehr präsent. Die haben sich ganz gekapselt. Ja. Und jetzt in der neuen Schule, ich habe auch einen Schulwechsel vorgenommen. Ach, das auch noch. Da läuft das eigentlich ganz gut. Bin gut angenommen worden und sowas. Ja. Und Freundinnen war auch nichts in der letzten Zeit. Freundinnen. Oder Freundinnen, eine Freundin. Da lief auch nichts. Seitdem nicht mehr, nein. Seitdem nicht mehr. Wie erklärst du dir das selbst? Hast du eine Idee? Hast du selbst darüber nachgedacht? Gar nicht. Ich kann es mir auch gar nicht erklären, weil ich habe es auch oft abgeblockt, habe gesagt, das stimmt gar nicht. Und es ist so wie immer. Aber heute sagst du zumindest, es stimmt. Ja. Warum ist es so? Warum hast du keine Lust rauszugehen, dich mit Freunden zu treffen, was zu unternehmen? Ich weiß es nicht. Ich habe viel darüber nachgedacht, aber ich weiß es nicht. Es hängt aber eindeutig dann mit dem Tod des Vaters zusammen, wenn du es so festmachen kannst. Und wahrscheinlich hat dieser Tod irgendetwas sehr tiefes in dir ausgelöst, was dieses Verhalten jetzt zur Folge hat. Hängt sich ja vielleicht auch zusammen mit der ganzen Vergangenheit, mit der zerrütteten Familiensituation. Ich glaube, Alexander, dass du zu einem Therapeuten musst. Ich bin, das ist auch das Komische, ich bin bei einem Therapeuten. Ich habe 50 Sozialstunden bekommen, aber irgendwie hilft mir das nicht wirklich. Ich kann mit dem Mann nicht wirklich sprechen. Ja, dann bist du in dem falschen Typ. Das verstehe ich. Es gibt Psychologen, mit denen kann man nicht reden. Da hat man das Gefühl, man hat kein Draht zueinander. Das geht irgendwie nicht. So geht es dir wahrscheinlich, ne? Ja. Weil er spricht auch weniger darüber, sondern mehr, was jetzt los ist. Und eigentlich ist es mehr so jemand, der mir das näher bringt, was mir meine Mutter schon sagt. Wenn ich zum Beispiel meine Pflichten und sowas, was man halt als Jugendlicher zu Hause tun muss, wenn ich das nicht so mache, dann sagt er mir das nochmal, was meine Mama mir sagt. Ja. Ist das ein richtiger Psychologe? Ja. Ja. Aber du bist unzufrieden mit denen. So, das heißt, ne? Bist du? Ja. Ja, würde ich so verstehen, wie du es gerade gesagt hast. Also muss da jemand anders ran, finde ich. Das ist natürlich schwierig, wenn du den da jetzt hast, wenn die Zuteilung ist und so weiter. Aber nach meiner Einschätzung, wir kennen uns ja nur ein paar Minuten jetzt, aber was du erzählt hast, glaube ich, dass da irgendwas Kompliziertes angestoßen worden ist durch den Tod des Vaters. Was man alleine nicht schafft, in den Griff zu kriegen. Vor allen Dingen nicht, wenn man vielleicht erst 17 ist. Das heißt, da muss jemand mit dir zusammen an dir und mit dir arbeiten und jemand, den du gut findest, zu dem du Vertrauen hast. Ja. So. Und wie man das jetzt macht, vielleicht aus dieser bestehenden Therapeutenbeziehung wieder rauszukommen, würde ich dir gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt weiterredest. Ja. Ja, Alexander? Kann ich machen. Dann leg du mal bitte auf und die Anna ruft dich zurück. Ist okay. Okay. Alles Gute und alles Liebe von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. Spannender Moment. Ob unser schöner Rechner hier funktioniert. Telefonrechner, der uns immer wieder abschmiert. Der wahrscheinlich ein Vermögen gekostet hat. Wir testen das jetzt mal. Hallo? Marco? Ja, wunderbar. Perfekt. Marco, 31 Jahre alt. Genau. Und zwar mein Thema ist Fußerotik, Fußfetischismus. Darauf schließe ich, dass du ein Fußfetischist bist. Das ist richtig. So. Und ich suche halt eine Partnerin, die meine Vorliebe teilt. Kann aber nicht so schwer sein. Gibt's doch massenweise. Ah, ich weiß nicht. Aber das ist jetzt immer nur mit Prostituierten ausgelebt. Mit Prostituierten ist das halt sehr, sehr schwer. Ehrlich? In deinem hohen Alter von 31? Ja. Hast du das bisher nur mit Prostituierten ausgelebt? Bis jetzt, ja. Kann doch gar nicht sein. Doch, ist so. Hast du längere Beziehungen schon gehabt? Eher weniger. Kürzere. Wie lange? Zwei Jahre. Na ja, immerhin. Und die Mädels standen da nicht drauf? Die standen da nicht drauf. Wir müssen das erklären. Stehst du auf die Füße der Frauen? Auf die Füße der Frauen. Ich empföhne die gerne und massiere und lecke und streiche sowas zum Beispiel. Ja. Umgekehrt müssen die Frauen das nicht bei dir machen? Nee, das nicht. Das ist egal. Genau. Aber könnten sie auch, wenn sie wollten? Könnten sie auch. Ja. Man kann auch nur eine Partnermassage machen. Ja, ja. Welchen Stellenwert hat denn diese Fußerotik? Ist das so gravierend, dass du sagst, ohne das kann ich mich eigentlich gar nicht in eine Frau verlieben? Genau, das ist so. Ist so? Also ich schaue der Frau zuerst ins Gesicht und dann direkt auf die Füße. Auf der Straße überall? Auf der Straße zum Beispiel oder im Straßenkopf. Aber immerhin. Immerhin guckst du noch zuerst ins Gesicht. Zuerst ins Gesicht. Die Frau muss mir erst vom Typ her gefallen. Könnte ja noch krasser sein, dass du nur noch so gehst und auf die Straße guckst. Nee, also ich reduziere das jetzt nicht nur auf die Füße, sondern die Frau muss mir erst vom Typ her gefallen. Also ich muss mir vom Äußerlichen zusagen. Ja, nehmen wir an, das ist eine tolle Frau äußerlich. Nehmen wir an, du lernst sie so ein bisschen kennen und sie ist auch wirklich ein toller Typ vom Inneren her. Ja. Verknallst dich ein bisschen in sie. Ja. Und dann kommt aber raus, wenn ihr ein bisschen näher und intimer geworden seid, dass sie das bescheuert findet. Wäre das ein Grund, wieder Abstand zu nehmen von der Frau? Das wäre ein Grund, mich von ihr zu trennen, ja. Das ist natürlich dann heftig schon, heftig ausgeprägt, der Fetisch. Also das ist schon ziemlich, also mit in der Kindheit, also ich habe es seit der Kindheit erlebt halt oder erfahren das erste Mal. Wie? Ähm, zum Beispiel die Füße von meiner Mutter, zum Beispiel, ich hatte früher als kleiner Junge bei meiner Mutter oft im Bett übernachtet, weil meine Eltern halt geschieden sind. Ja. Und dann kommt man halt schon mal in Kontakt mit der Mutter ein bisschen näher, wenn man halt noch klein ist. Ja, ja. Und dann kommt man auch an die Füße der Mutter und... Das fandst du gut? Ja. Und das fandst du gut? Das fand ich gut, ja. Das fandst du, ja. Und so, ja, ja, das sind so die Schlüsselreize, die man dann... Das sind die Schlüsselreize, das sind die Erlebnisse aus der Kindheit. Ja, wenn du zu einer Prostituierten gehst, beschäftigst du dich dann nur mit den Füßen der Prostituierten oder geht es dann letztendlich auch in die klassische Nummer über? Ne, nur mit den Füßen. Also die klassische Nummer bringt mir eigentlich gar nichts. Also es reizt mich gar nicht, normaler Verkehr. Ach. Das heißt, wenn du zu einer Prostituierten gehst, kein Geschlechtsverkehr? Kein Geschlechtsverkehr. Wie kommst du denn zum Orgasmus? Also ich befriedige mich selber, indem ich an die Füße gehe, also indem ich massiere, streiche, küsse, lecke und vielleicht auch dann rieche oder so, weil dieser Duft, der ist ja manchmal auch sehr rote. Ja, also du stehst auch auf ungewaschene Frauenfüße. Ja, das heißt jetzt nicht extrem, also die normale aromatische Duftheit, die ein Fuß hat, wenn man den ganzen Tag jetzt im Schuh war, aber nicht jetzt, wenn irgendeine Frau jetzt drei oder vier Tage die Füße nicht gewaschen hat. Also das heißt, du beschäftigst dich mit den Füßen der Prostituierten und befriedigst dich selbst dabei? Und befriedige mich selber dabei. Oder lässt dich mit den Füßen der Prostituierten befriedigen? Das mache ich auch, genau. Das ist wahrscheinlich dein Schönstes dann. Das ist auch dann sehr erregend. Ja. Das ist natürlich schon sehr krass ausgeprägt. Dich interessieren die Brüste der Frau nicht, die Vagina interessiert dich nicht besonders, nur die Füße. Nur die Füße. Muss die Prostituierte sich überhaupt ausziehen? Ausziehen würde ich sagen, nee, muss sie nicht. Das ist ja Wahnsinn. Also so habe ich es noch nicht gehört. Tja, das kommt halt selten davor. Ja, sicher. Ich sagte gerade so, deswegen sagte ich gerade am Anfang, ach, es gibt doch ganz viele. Aber so extrem ausgeprägt natürlich nicht. Suchst du im Internet? Im Internet noch nicht, nein. Warum nicht? Bis jetzt noch nicht die Möglichkeit gehabt dazu. Aber du hast einen Rechner? Internetanschluss habe ich nicht, nein. Achso, na gut. Weil das ist ja eigentlich immer eine schöne Methode, irgendwie andere Leute, Gleichgesinnte zu finden. Ja, also wir suchen jetzt eine Frau für dich, die... Aber guck mal, was hat denn die Frau denn davon, wenn die mit dir zusammen ist? Das ist ja überhaupt die Frage, schlechthin. Was hat die Frau davon, wenn die nur zulässt, dass du dich mit ihren Füßen beschäftigst? Die Frau kommt nicht... Die hat schon was davon, weil das ist ja auch erregend, eine Fußmassage zu bekommen. Ja, eine Fußmassage hat aber Pille-Puh auf Dauer. Eine Frau will aber was anders haben. Ja, gut. Wie willst du denn die Frau zum Orgasmus bringen? So. Ja, das sieht dann eher schlecht aus. Da wundert es mich nicht, dass du keine Frauen hast. Ja. Aber kannst du dich denn nicht noch... Es ist schon wahrscheinlich sehr eingebrannt, dieses Verhalten. Aber dich da zumindest auf so eine Kompromissschiene bringen, dass du sowohl das machst, gerne machst, was du gerne machst mit den Füßen, dass du dann aber danach dennoch auch noch mit der Frau schläfst. Könnte man unter Umständen mal... Ich habe es noch nicht so oft getestet. Vielleicht könnte man... Ein Kompromiss würde ich vielleicht eingehen, auf jeden Fall. So, ja. Sonst kannst du es doch vergessen. Wenn ich Frau wäre und mit dir in Kontakt käme, würde ich auch irgendwann denken, komm, hey... Ja gut, weil sie denkt, die hat nichts davon, klar. Ja, ist auch nachvollziehbar. Versetz dich mal in die Frau. Hast du denn schon oft mit Frauen richtig geschlafen? Habe ich schon öfter gemacht. Das schon. Aber ist auch nicht so der Hammer. Also bringt mir nicht so viel. Ja, aber da musst du... Oder ich muss halt dabei die Füße haben. Ja gut, deswegen wäre vielleicht wirklich die Idee, dass du versuchst, da so einen Kompromiss zu finden. Vielleicht auch für dich ganz interessant, dass du beide Affinitäten so unter einen Hut kriegst. Das erhöht die Chance, dass du eine Frau findest. Macht dir vielleicht irgendwann auf Dauer auch Spaß. Wenn du dich jetzt nur auf die Füße kaprizierst, wirst du einsam. Ach stimmt. Das ist so. Ich glaube, dass alle extremen... Das ist schon was Extremes, finde ich. Alle extremen sexuellen Neigungen irgendwann, dass man Gefahr läuft, dass man vereinsamt. Und das ist es nicht wert, finde ich. Da muss man doch irgendwie, solange das noch irgendwie möglich ist, dann formen und das vielleicht ein bisschen verändern. Vielleicht könnte ich ja mit der Psychologe mal sprechen gleich. Ja, wenn du das gerne möchtest, auf jeden Fall. Also würde ich schon gerne mal machen. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps oder so. Ja. Schlussfrage noch. Ist denn so deine Sehnsucht, auch abgesehen von dieser ganzen sexuellen Spielerei, schon eine gute Beziehung zu haben mit einer Frau? Das ist schon auf Dauer wichtig, klar. Das ist mir schon sehr wichtig. Naja, deswegen. Da muss dann auf der Ebene was passieren mit der Sexualität. Klar, muss auf jeden Fall was passieren. Und wenn nicht, dann vielleicht sogar über eine Sexualtherapeutische Maßnahme oder so. Müsste man da mal drüber nachdenken. Gucken wir mal. Du sprichst mit Anna jetzt. Gut. Du legst auf. Anna ruft dich an. Vielleicht noch nicht ganz sofort, aber in den nächsten Minuten schon. Ja, gut. Okay, alles Gute. Tschüss. Unser Thema am Mittwoch übrigens, ihr Lieben, heißt Geschichten rund um den Mund. Wo wir gerade so bei Füßen sind, fällt mir das natürlich ein. Also Geschichten rund um den Mund. Alles was so mit Mund, am Mund, über Mund, Krankheiten, Sex, Erotik, Essen. Ich weiß nicht, alles mögliche. Alles was mit dem Mund zu tun hat. Geschichten rund um den Mund. Das ist unser Thema am Mittwoch. Nicht morgen, Mittwoch. Heute sind wir immer noch in unserer freien Themennacht und ich begrüße ganz herzlich die Kerstin. Und Kerstin ist 24 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo Kerstin. Wie geht's? Nicht so gut. Nicht so gut. Ich bin in der Nacht von Samstag auf Sonntag überfallen worden. Wo? Ich war auf dem Weg zu meinem Freund. Er arbeitet für die Verkehrsbetriebe in meiner Stadt. Ja. War er mit einem sogenannten Schienenschleifwagen unterwegs. Wollte ihm halt was zu knabbern vorbeibringen. Ja. Wie ich schon so oft gemacht habe. Ja. Ja. Und ich bin auf dem Weg dorthin. Auf einmal. Auf einmal. Auf einmal. Auf einmal. Das war kurz nach Mitternacht. Viertel nach zwölf. Also. Und wie gesagt, ich bin auf dem Weg zu ihm. Zu dieser Haltestelle, die auch nicht weit weg ist von mir. Auf einmal kommt auf so einem Weg zwischen den Hochhäusern, die dort sind, ein Mann auf mich zugesprungen und packt mich und versucht mich halt mitzuziehen und zu zerren. Wie schrecklich. Ja. Er war auch betrunken. Hast du geschrien? Weiß ich nicht. Also das ist so ein Schockzustand gleich gewesen, dass du dich nicht erinnerst. Ja. Da waren, damit man sich das vorstellen kann, weit und breit wirklich keine Menschen oder Häuser oder nichts. Also es waren Hochhäuser. Ja, Hochhäuser waren rundherum. Aber es war, also normalerweise ist in dieser Zeit eigentlich noch einiges los dort. Aber bloß zufälligerweise in dieser Nacht war nichts los. So. Jetzt hat er dich gepackt. Und er war besoffen, sagst du. Ja. Und dann? Ja, also ich hatte das Glück, dass ich eine sehr weite Jacke anhatte. Und dadurch konnte er meine Arme nicht packen. Und dadurch konnte ich mich noch so mit meinen Händen so ein bisschen auf Abstand halten. Und ja, dann habe ich dann erst, als ich ihm dann so gegen die Schienenbeine getreten hatte, dann ließ er mich los. Dann lief er weg. Und dann ich halt so mein Mann. Das heißt, du bist immer glimpflich davongekommen. Sozusagen. Meinst du, dass das einfach ein durchgeknallter Besoffener war? Oder hast du die Sorge, dass der dich vergewaltigen wollte? Ich habe. Das glaube ich. Weil ansonsten, glaube ich, hätte er gleich irgendwie Geld oder andere Wertsachen gleich von mir verlangt. Er ist dir nicht mehr gefolgt dann? Zum Glück nicht. Ja. Du bist dann zu deinem Mann? Ja, der stand dann mit seinem Schienenschleifwagen da zum Glück an der Haltestelle. Ja. Aber sag mal, Kerstin, ist aber auch ein bisschen riskant, was du mir da erzählst, dass du da in tiefer Nacht in so einer Ecke rumläufst. Nun sagst du, da gehen in der Regel manchmal noch Leute. Aber dennoch, für ein junges Mädchen, für eine junge Frau in deinem Alter, es ist schon gefährlich, finde ich. Also ich wohne hier eigentlich in keiner gefährlichen Gegend. Ja, trotzdem. Man hört ja alles Mögliche ständig. Ja, aber... Hast du Anzeige erstattet? Ja, ich habe dann eigentlich auch sofort, als ich dann bei meinem Mann war, Polizeiverständig. Und ich kam dann auch noch, wir sind dann noch so ein bisschen um die Blocks gefahren, aber wir haben ihn leider nicht dann nicht mehr gefunden. Ja. Ist denn in der Gegend, weißt du das, irgendwie in der letzten Zeit öfters vorgekommen? Eigentlich weniger. Das würde die Polizei dann ja auch wissen, die hätten dir das ja wahrscheinlich auch gesagt. Ja. Also kann man eigentlich nur froh sein, oder wollen wir froh sein, dass es so gut ausgegangen ist? Ja. Dass du eine weite Jacke anhattest? Ja. Dass der Typ besoffen war und so weiter, ne? Ja. Und die Leere vielleicht rausziehen, geh da nachts nicht mehr rum. Oder nur vielleicht mit jemandem zusammen. Oder mit einem Hund, oder weiß ich was. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Doch, das weiß ich aber. Du gehst da nicht mehr vorbei, Mensch. Ja, wirklich. Wenn du sowas da schon einmal erlebt hast, dann könnte ich da auch irgendwie anders verabreden, du und dein Mann. Weiß ich nicht, wie man das macht, aber. Ja. Ja. Klar. Was zürgerst du noch? Ich weiß nicht. Ich bin auch auf Shop-Suche. Es kann mehr passieren. Also ich habe kein Auto. Also ich bin darauf angewiesen, da lang zu gehen, um zur Bahn zu kommen. Ja, aber doch nicht unbedingt dann nachts und nach zwölf. Wenn ich arbeiten muss. Na gut. Das ist jetzt erstmal... Eventuell mal irgendwann. Ja gut. Dann reden wir nochmal neu, wenn es dann soweit ist. Aber wenn du es vermeiden kannst, vermeide es, Carsten. Hm? Hm? Tja. Ja, du forderst Schicksal nicht raus, dass es nochmal passiert und es noch schlimmer ist. Na, erstmal werde ich es auch nicht tun. Ja. So. Und wir sind froh, dass du gesund und munter bist und noch ein bisschen unter Schock, ein bisschen geschockt bist, verständlicherweise. Aber es ist ja dann doch noch ganz gut über die Bühne gegangen. Alles Liebe. Danke. Von ganzem Herzen. Tschüss. Tschüss. Sebastian, 29 Jahre alt. Hallo. Hallo Jürgen. Hallo Sebastian. Na? Na? Ich bin tierisch aufgeregt. Tut mir leid. Macht nichts. Ich kann das verstehen. Um was geht es denn, Sebastian? Also es geht um eine Sexparty, die ich letzten Samstag hatte. Mhm. Und meine Freundin ist jetzt ziemlich eifersüchtig. Also du hattest, was heißt hatte, hast du die gegeben oder warst du doch? Nein, die hat meine Freundin praktisch gegeben. Also Sexparty ist ein bisschen übertrieben. Wir waren zu viert. Ja. Wir waren zu viert und zwar war das meine Freundin, eine gute Freundin von ihr, mein bester Freund. Ja. Und wir haben uns zu viert getroffen. Ja. Geplant das Ganze als Sexparty oder hat es sich so ergeben? Nein, das war geplant. Und zwar hatten wir das vorher schon mal ausprobiert. Ach so. Jeweils zu dritt, also einmal mit der Freundin und meine Freundin und ich und einmal mein Kumpel und meine Freundin und ich. Mhm. Also zweimal so ein Treffen zu dritt. Ja. Und dann hattest du gedacht, machen wir es mal zu viert. Genau. Ja. Was ist denn, was passiert denn da auf euren heißen Sexpartys? Jetzt zum Beispiel auf der letzten? Also, naja, was ist passiert? Also wir haben, äh, ich habe mich mit meinem Freund vor ihrer Haustür, also meine Freundin wohnt nicht bei mir, sondern wir haben getrennte Wohnungen und ich hatte mich mit meinem Freund verabredet. Äh, die Mädchen hatten sich schon vorher, eine halbe Stunde vorher ungefähr, äh, getroffen und sich so ein bisschen auf uns vorbereitet und wir kamen dann also an. Ja. Wie haben die Sie vorbereitet? Ähm, na, sie haben sich ein bisschen aufreizend angezogen. Ja. Also ziemlich aufreizend, kann man sagen. So haben sie euch dann an der Tür auch empfangen? Ja, genau. Wie, in Strapsen, Negligé oder was? Ja, Strapse, also meine Freundin hatte Strapse an. Ja. Und so ein, ja, so ein Mäntelchen über, so ein Seidenmäntelchen. Ja. Und, äh, ja, die, äh, die Freundin hatte halterlose Strümpfe. Mhm. Welche Farbe? Ähm, Rot waren sie. Rot, ja. Meine Freundin in schwarz und, äh, die Freundin in rot. Ja. Das ist ja schon mal ein schöner Anfang, ne? Man kommt in die Wohnung rein und sieht die Mädels so. Wahrscheinlich wird dann gleich ein Glas Sekt oder irgendwas angeboten zu trinken. Genau, genau. Ja. So, und dann? Also die Damen hatten auch schon, äh, ja, sie haben sich eine Flasche Martini geteilt. Hatten sie schon einen gezischt vorher? Ja, die hatten, die hatten sich schon mal, äh, ein bisschen, ja, damit die Hemmungen fallen. Ist klar. Ähm, ja, und unser Lampenzieber hat sich dann auch gelegt und, äh, ja, dann haben wir es uns mit den Mädchen erstmal so im Wohnzimmer gemütlich gemacht. Dann haben wir denen was getrunken, dann haben sie uns langsam ausgezogen. Ja. Dann haben, äh, wir sie auch noch ausgezogen, denn sie hatten ja noch was an. Das auch noch ausgezogen. Ja. Dann haben wir uns ins Schlafzimmer zurückgezogen, alle zusammen. Und dann ging es zur Sache? Dann ging es zur Sache. Ja. Äh, äh, kreuze quer. Ähm, na, also was nicht ist, äh, ich hab nicht mit meinem Kumpel, äh, geschlafen oder ihn eingefasst. Ja. Ähm, ja, weil ich, äh, also doch pur hetero bin. Ja, aber sonst so ging es kunterbunt durcheinander, eigentlich. Ja. So, jetzt ist die Freundin sauer. Jetzt ist die Freundin sauer. Warum? Ja, also das war ziemlich zum Schluss, nachdem das also eigentlich alles super gelaufen ist. Ich hatte grandiosen Sex mit, erst mit der Freundin und dann mit meiner Freundin. Mhm. Meine Freundin von dem Sex mit ihr jetzt irgendwie, konnte sich heute nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nicht warum. Ähm, ich hab sie gefragt, ob sie mit mir einen Orgasmus hatte, da sagt sie, weiß ich nicht. Mhm. Ist auch nicht so schmeißig, oder? Sie hat gesagt, äh, toll. Ähm, tja, aber das Dumme ist, äh, und jetzt kommt eben das Problem. Ja. Ich hab, äh, zum Schluss, nachdem meine Freundin, wir hatten dann, nachdem wir fertig waren, saßen wir wieder im Wohnzimmer, weil man da also auch rauchen konnte und, äh, wir saßen da also wieder auf der Couch und meine Freundin hat das Wohnzimmer verlassen, war weg. Ja. Äh, ich hab mich eigentlich gar nicht groß drum gekümmert, wo sie jetzt ist. Äh, und dann hab ich, äh, als sie eine ganze Weile weg war, sind wir also, bin ich mit einer anderen Freundin tiefer ins Gespräch gekommen und ich hab ihr, äh, ja, gesagt, wie schön ich's mit ihr fand. Mhm. Und, äh, ja. Währenddessen war deine Freundin noch draußen? Hm? Währenddessen war deine Freundin noch draußen? Genau. Was ist jetzt los? Ist sie jetzt eifersüchtig auf die andere, oder was? Ja, anscheinend. Hat sie dir das jetzt heute so gesagt, dass sie eifersüchtig ist, oder danach, nachdem die weg waren, nachdem die weggegangen sind? Nein, und zwar kam dann meine Freundin, auf einmal stand sie im Zimmer, hat also nur den letzten Satz mitgehört, irgendwas, was ich gesagt habe, ähm, das hab ich mit meiner Freundin nicht, sowas wie eben hab ich mit meiner Freundin nicht. Ach so, ja gut, das natürlich dann auch. Also, du hast zu der irgendwie gesagt, das hab ich mit meiner Freundin so noch nicht erlebt, oder irgend so ein Satz. Ja, irgendwie so. In dem Moment kommt sie rein. Ist natürlich dann... Das war nun völlig aus dem Zusammenhang gerissen irgendwo. Nur dachte meine Freundin, wir unterhalten uns die ganze Zeit hinter ihrem Rücken über sie, und ich breite jetzt aus, wie mein Sex mit ihr ist und so, und das hat ihr also gar nicht gefallen. Und gab's dann gleich eine Szene in der Gruppe? Ja, dann gab's eine Szene in der Gruppe. Mein Freund hat gesagt, also das muss er sich hier nicht anhören, dafür hat er schon zu viel mitgemacht, so nach dem Motto. Ja. Und... Der ist gegangen? Ja. Und die andere Frau ist auch gegangen? Nein, die andere Frau ist da geblieben, ich bin mit meinem Freund mitgegangen. Ach so, das war am Samstag. Am Samstag. Heute haben wir Montag. Hast du am Sonntag oder heute mit deiner Freundin gesprochen? Also ich hab Sonntag, ich bin, nachdem ich bin dann mit meinem Freund in die Kneipe gegangen, weil eigentlich war da geplant, wir übernachten alle da, und dann ist aber mein Freund eben erstmal aus der Wohnung raus, und ich hab gesagt, ich lass ihn jetzt nicht alleine weggehen, ich geh mit ihm mit, wir waren noch einen trinken. Dann bin ich in die Wohnung zurückgekommen, da schliefen die beiden Mädels seelenruhig, also ganz friedlich lagen sie im Bett und schliefen, da hab ich gesagt, also da lege ich mich jetzt nicht dazu, ich hab ihm einen Brief geschrieben, hab gesagt, ich bin nach Hause gefahren, bitte ruft mich morgen früh an, wenn ihr aufwacht. Gut, so, jetzt will ich wissen, ob du mit deiner Freundin gesprochen hast, gestern oder heute. Und konnte man das denn jetzt nicht irgendwie einrenken? Nein, sie sagt, ich hab da was kaputt gemacht, es ist nicht mehr so wie früher, es ist nicht mehr so wie vorher. Ist es übertrieben? Ja, ich glaube, das meint sie schon ziemlich gut. Nein, ich meine, nach deinem Gefühl ist es übertrieben. Ich finde das total übertrieben. So wie du es jetzt beschrieben hast, finde ich es auch völlig übertrieben. Also wenn man sich schon auf so eine Geschichte einlässt, dann so zu, ich meine, man kann ja vielleicht irgendwie irritiert sein. Aber dieses muss doch, wie lange seid ihr ein Paar? Seit sechs Jahren. Sechs Jahre? Ja. Sechs Jahre seid ihr zusammen. Und wegen so einer kleinen Geschichte ist jetzt wirklich die ganze Sache vielleicht am Wanken oder auf jeden Fall hängt eine dicke Wolke über euch. Ja. Da muss man drüber reden können, das geht mir doch gar nicht in den Kopf. Ja, also wer, ich weiß halt nicht, was ich... Was, 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 was kommt, was kommt, nee, was... Nein, sag mal, was konkret, sie muss ja jetzt konkret irgendwas vor dir halten. Sie muss sagen, dadurch ist es, ist irgendwas bei mir jetzt gerissen. Nur wegen diesem einen Satz, den sie da aufgeschnappt hat? Ja, weil sie, weil sie meint, anscheinend kann ich eben den Sex und die Liebe nicht trennen und ich hätte für die andere Gefühle entwickelt, die also unsere Beziehung belasten. Aber das ist nicht der Fall? Das ist nicht der Fall. Ich habe ihr dann heute gesagt, du, klar sind da Gefühle im Spiel mit gewesen, weil ich, ich kann nicht mit einer Frau schlafen, ohne irgendwelche Gefühle für die zu haben, weil ich bin kein Karnickel. Gut, aber ganz eindeutig ist, dass du nach wie vor die Gefühle zu deiner Freundin hast, wie du sie vorher hattest, vor dieser Nacht. Ja. Und dass diese Nacht nicht an eure Beziehung, auch nicht ansatzweise ein bisschen gerüttelt hat. Nee, also von meiner Seite überhaupt nicht. Von mir aus genauso wie vorher. Aber sie glaubt es dir nicht. Nee, sie sagt, das hätte jetzt was zerstört. Das steht jetzt irgendwie zwischen uns und ich weiß auch nicht, was ich da machen soll. Ja, schwierig, schwierig. Also, wenn sie nicht zugänglich ist für das, was du sagst und vielleicht das auch gar nicht so hören will oder sich das so hinbiegt, ist es auch schwierig. Was kann man da machen? Da kann man machen, dass man vielleicht nochmal in den nächsten Tagen, ich meine, das Ganze ist ja jetzt noch sehr frisch, dass du in den nächsten Tagen nochmal versuchst, wirklich in aller Ernsthaftigkeit mit ihr zu reden und dir das versuchst, klarzumachen. Ja, also weißt du, was ich ganz schlimm finde? Ja. Ein bisschen lächerlich, aber sie hat gesagt, ganz kategorisch, sowas kommt nie wieder vor, dass wir Sex haben mit mehreren. Gut, das kann man ja auch verstehen. Wenn das jetzt plötzlich nicht mehr ihr Ding ist, dann kann man das ja auch nicht erzwingen. Nee, aber es ist schade drum, weil das macht so einen Spaß. Das hat so einen Spaß gemacht. Okay, das ist aber jetzt erstmal zweitrangig. Hauptrangig ist, dass ihr euch wieder einrenkt. Wenn das jetzt per Gespräch nicht geht zwischen euch beiden, dann würde ich wirklich euch dringend raten, dass ihr für ein oder zwei Gesprächsrunden mal zu einer Beratungsstelle geht. Dass da jemand Neutrales ist, so wie ich jetzt, sitzt, der mit euch beiden redet und euch da versucht, zueinander zu führen. Sonst haut ihr euch da die Köpfe ein und jeder redet sich da fest und es geht nicht weiter. Ja, ist meine Idee, Sebastian. Ja, also mit so einem Beratungsstellen habe ich überhaupt keine Erfahrung. Ja, dann rufen wir dich gleich mal an und geben dir ein paar Telefonnummern. Darf ich noch eine Frage stellen zu letzter Woche? Da war eine Sendung und zwar vor diesem Mann habe ich Angst. Ja. Und mich hat unheimlich berührt, dieses Mädchen, was angerufen hat, dass ihr Vater jede Nacht kommt. Das 15-jährige Mädel aus Berlin. Genau, konntet ihr da helfen? Ja, natürlich. Wir sind direkt in der Nacht noch aktiv geworden, haben uns mit den Behörden in Verbindung gesetzt und am nächsten Tag auch. Und die ganze Sache läuft jetzt. Ich möchte es im Detail nicht sagen, was da passiert. Aber das war für uns auch sehr erschütternd, muss ich dir sagen. Auch für mich sehr erschütternd, der ich schon sehr lange hier sitze und viele Dinge gehört habe. Das ist mir auch sehr an die Substanz gegangen. Ja. Lieber Sebastian, du legst auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay, danke. Okay, tschüss. Tschüss. Jerry ist hier, 19 Jahre. Hi. Hallo. Hallo. Das ist Jerry, stimmt's? Genau, ja. Und was geht's denn? Ja, und zwar folgendes. Es geht darum, ich brauche einfach mal deinen Rat. Ich komme mit gewissen Situationen nicht klar. Und zwar geht es darum, ich bin vor drei Monaten von Mainz nach Ostwurz gezogen zu meiner jetzigen Freundin. Von Mainz nach wohin? Ostwurz. Wo ist das? Das liegt zwischen Zittau und Görlitz. Ach so. Also das liegt kurz vor der polnischen Grenze. Ja, also weit in den Osten. Genau. Und ich muss dazu sagen, wir haben sie aber auch erst zwei Wochen vorher erst kennengelernt, da ich mit dem Kumpel hier hochgefahren bin und das seine Cousine ist. Und es geht darum, nachdem wir einen Monat zusammen waren, fing das Ganze an, dass sie öfters mal ihre fünf Minuten bekommen hatte. Das heißt, sie hat solche kleinen leichte Wutanfälle gehabt. Sie ist zu mir gekommen, hat angefangen mich zu kneifen. Sie hat auch öfters mal mich mit der flachen Hand geschlagen. Und das öfters mal. Sag mal, Jerry, wohnst du auch mit der Freundin zusammen? Ja, ich bin zu ihr in die Wohnung gezogen. Ja. Noch eine Frage zu dir. Das ist ja doch eine krasse Aktion gewesen. Du kennst die erst zwei Wochen und dann ziehst du von Mainz nach Ost-Ost-Ost-Ost-Ost-Deutschland? Nur wegen der Frau? Ja, das ist... Und was ist denn so mit... Hattest du keinen Job oder gehst du noch zur Schule? Wie hast du das gemacht? Nee, ich habe zuletzt gearbeitet bei einem Second-Hand-Shop in Mainz. Das war so eine Speditionsfirma auf Umzüge und Haushaltsauflösungen. Da war das gewesen. Und dort wurde ich rausgeschmissen, da die Firma bankrott gegangen ist. Achso, das heißt, du warst arbeitslos, dann war es egal, wo du dich aufhältst. Genau, ja. Und dann bin ich dann hierher gezogen. So, aber das läuft eben nicht so rosig, wie es eigentlich sein sollte. Sie schlägt dich sogar. Ja, das heißt, nicht direkt schlagen, aber das sind öfter mal ihre fünf Minuten. Und das Ganze läuft dann so lang, bis sie mir wehtut oder ich ihr wehtue. Also das heißt, du wehrst dich dann schon, du lässt dich alles über dich ergehen. Was heißt direkt wehren? Ich stumpfe sie nur weg oder ich halte ihre Arme ganz fest, damit sie aufhört. Ja, ja. So schlagen, das mache ich nicht. Ja. Und bis dann, wie gesagt, bis dann die Situation kommt, dass sich einer von uns beiden wehtut und dann ist ziemlich dicke Luft. Und dann nach zehn Minuten kommt sie wieder an. Ja, mein Schatz, Entschuldigung, tut mir leid, aber am Tag ist das mehrmals und das ist täglich. Das gehört schon so quasi zum Alltag. Ach so, ich dachte, das käme nur hin und wieder mal vor. Nee, das ist täglich. Das ist wirklich täglich. Das gehört zum Alltag dazu. Kann es ganz einfach sein, ohne jetzt noch weiter in der Tiefe zu bohren, dass ihr schlichtweg nicht zusammenpasst? Und dass ihr vor allen Dingen nicht zusammenwohnen könnt? Das glaube ich weniger. Ja, vielleicht, ich nehme an, was auch daran liegt, denn ich sage mal so, das war ein bisschen eifrige Situation, direkt nach zwei Wochen herzuziehen. Ja, klar. Das war eine eilfertige Situation und auch ein bisschen dumm, muss ich sagen. Ja. Ja, weil man muss halt sich ja ein bisschen beschnuppern, bevor man gerade mit jemandem sogar zusammenzieht. Was macht Sie denn vom Beruf? Ähm, Sie gar nicht. Auch nicht? Also Sie hängen beide so den ganzen Tag ab. Nein, also ich bin jetzt zwar hier auf dem Zittauer Arbeiten und bin zwar arbeitslos gemeldet, aber ich mache für den Hausbesitzer, mache ich hier das Grundstück sauber. Achso, du bist also, ah ja. Und dafür erlässt er mir natürlich die Hälfte der Miete und ich kriege wo und ich noch so 400, 500 Euro. Ah ja, nicht schlecht. Und ich mache noch nebenbei noch so Arbeiten wie Reparaturen, Abriss und sowas. Wenn das am Tag ein paar Mal vorkommt, sind doch eigentlich diese Tage, die ihr miteinander verlebt, nicht so dolle. Sind eigentlich keine schönen Tage, ne? Wenn man ständig in so einem Stress, in so ein Stress gerät miteinander. Ja. Ist so, ne? Na, vor allen Dingen ist es auch so, sie hat noch zwei Kinder, sind aber nicht von mir. Und der Älteste, der ist der Fabian, der ist jetzt vier Jahre alt, der wird jetzt fünf. Und mit dem komme ich auch nicht klar. So, wenn er was von mir will, kommt er freundlich an. Ansonsten fängt er an, mich zu beschimpfen mit Arschloch. Ich habe meinem Kindergarten nachgefragt, woher er das hat, vom Kindergarten nicht. Also er ist ziemlich aggressiv, auch gegenüber mir. Was würdest du denn sagen, wie ist denn dein Gefühl, deine Gefühle gegenüber deiner Freundin? Sehr groß. Sehr groß. Also das ist schon, dass du nach wie vor sagst, dass du die Frau, obwohl ihr ständig euch da in den Haaren liegt, liebst. Ja. Und dass du verliebt bist, sagen wir, dass du verliebt bist. Ja. Der Auslöser ist immer klein, klein Kram, irgendeinen kleinen Scheiß. Ja, das ist zum Beispiel so, wenn wir einkaufen gehen und ich jetzt einen Freund treffe, den ich jetzt erst kennengelernt habe hier und unterhalte mich kurz mit ihm und sie geht dann schon mal vor und ich komme dann fünf Minuten später nach und dann fängt das schon an. Nur wegen so Kleinigkeiten. Oder wenn sie mal spazieren gehen will und ich kann nicht, weil ich einfach Arbeit habe. Ich habe Aufträge. Meine Leute sagen zu mir, das muss bis dahin und dahin erledigt werden. Und dann fängt das auch schon an. Wie alt ist sie eigentlich? Die ist 23. 21. 23. 23. 23. Dieses Verhalten hat das nicht zur Folge, dass du schon so gefühlsmäßig ein bisschen auf Distanz zu ihr gehst? Mich würde es nerven, ehrlich gesagt. Ja, das schon, das mache ich auch. Ich gehe schon auf Distanz, aber ich sage mal so, sie merkt das nicht wirklich, dass ich auf Distanz gehe, dass ich mich extra ein bisschen abseile von ihr. Aber so fängt es an. Damit sie runterkommt von ihrem Trip. Ja, aber genau so fängt es an. Es ist die Frage, warum ist das so? Warum reagiert sie so dünnhäutig oder so leicht gereizt auf dich? Was ist da los? Soll ich mal ganz ehrlich was sagen? Ich vermute, dass das so ist, ihr Ex-Mann, ich glaube, das war ein Jugoslaw, ich glaube es, mit dem sie jetzt noch verheiratet ist, aber die Scheidung ist eingereicht. Bei ihm hatte sie strikt das zu machen, was er gesagt hat. Er ist mittags von der Arbeit gekommen und hat gegen die Uhrzeit das Essen auf dem Tisch. Sie durfte bei ihm nicht Fernsehen gucken, sie durfte nur immer in der Küche stehen. Sie durfte nie weg aus dem Haus, also das Haus prinzipiell verlassen durfte sie nicht. Aber umso froher müsste sie doch jetzt sein, dass es alles anders ist. Ja, und dazu kommen wir doch, sie durfte nicht mit ihm zusammen im Bett schauen, sie durfte mit ihm zusammen Fernsehen gucken. Und ich nehme an, dass vielleicht daran liegt, okay, sie mag jetzt zwar glücklicher sein, weil sie hat mich auch letztens gefragt, ob sie in die Disco dürfe und ich ihr gesagt habe, natürlich, sie kann gehen. Sie hat genau dieselben Rechte wie ich auch. Die Tür steht auf, sie kann gehen, wohin sie will. Ja, so muss ich auch sagen. Die Tür haben, wo ich sie anrufen kann und fragen, weil es in Ordnung ist. Und ich nehme an, dass sie vielleicht mit dieser Situation nicht klarkommt, dass sie einfach die Freiheiten hat, die sie bei ihrem Ex-Mann nicht hatte. So. Und du bist auch der Auffassung, dass sie dich auch schon sehr lieb hat. Ja. Definitiv. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ich halte es nach wie vor für sehr verfrüht, dass ihr da zusammengezogen seid. Aber das ist ja nun mal im Moment so und das lässt sich ja wahrscheinlich auch nicht so schnell wieder ändern. Wenn das jetzt alles ganz unproblematischer würde, würde ich fast sagen, geht mal so ein bisschen auf Distanz, damit ihr euch nicht immer so auf der Pelle hängt, um euch vielleicht dann viel besser aneinander zu gewöhnen. Geht aber offensichtlich nicht, ne? Du wohnst da, das geht nicht. Das geht nicht. So, aber es sind zwei Leute da, die sich gern haben, aber mit der Situation nicht so klarkommen und mit der Situation auch ein bisschen überfordert sind. Ja. Ich würde das in eurem Fall genauso sagen wie mit dem Sebastian gerade, das war eine ganz andere Thematik. Ich würde euch ganz dringend empfehlen, Jerry, dass ihr auch für ein, zwei oder drei Sitzungen mal zu einer Beratungsstelle geht. Und damit jemand, so wie du es jetzt bei mir auch versucht hast, neutral ist, einfach mal ein bisschen euch hilft und euch zueinander führt. Ja. Das gibt es bei euch auch und ich kann dir gerne gleich deine Telefonnummer geben aus deiner Umgebung. Wir sind hier ausgerüstet mit den ganzen Informationen. Ja, aber ich muss dazu sagen, zum ersten Mal habe ich damit überhaupt noch nie Erfahrung gehabt mit dem Therapeuten. Zum anderen habe ich aber auch Angst davor, dass das vielleicht die Beziehung noch mehr belasten könnte. Glaube ich nicht. Dass sie vielleicht einen Rückzieher macht. Ja, glaube ich nicht. Aber wenn das dabei herauskäme, Jerry, dann wäre es letztendlich ja auch wiederum gut, weil es die ehrliche Variante wäre. Ich glaube, das ist ja keine richtige Therapie. Es ist einfach eine Beratung, dass ein neutraler Mensch euch einfach eine Hilfestellung leistet. Ja. Dass das eine Chance ist für euch beiden. Dass ihr vielleicht viele Dinge dann lockerer angehen könnt. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie das überhaupt machen würde. Weil es geht darum einfach, sie ist ein sehr schüchterner Typ. Ja, musst du sie fragen. Extrem schüchtern. Es ist ein Versuch. Man muss doch einfach überlegen, was kann man machen. Und ich bin ganz sicher, dass das nicht schadet. Ja. Und dann sollte man alles ausprobieren, was irgendwie möglich ist, um richtig zueinander zu kommen. Mhm. Finde ich schon. Und wenn sie das nicht möchte, dann wäre auch eine Möglichkeit, dass du ganz einfach da mal alleine hingehst. Ein paar Mal. Kann man auch machen. Denkst du, es wird an der Situation was ändern, wenn sie jetzt nicht mitgehen sollten, ich sollte alleine gehen? Ja, ja. Das ist genau letztendlich das, führst du da fort, was wir beide jetzt hier machen. Ja. Aber dann hat man noch mehr Zeit, dass man gemeinsam berät, was zu tun ist und was klug ist zu machen. Ja. Das finde ich schon. So, mein Lieber. Bist du denn generell so jemand, der so schnell schießt und gleich sich entscheidet, zwei Wochen verknallt und direkt dann dahin? Ich muss dazu sagen, das ist meine erste große Liebe. Ach so. Die ich jetzt getroffen habe. Ach so. Meine erste große Liebe, ja. Aber es ist aber so, ich hatte vorher schon mal so ein paar Beziehungen, aber das war in meinen Heimzeiten. Denn ich bin ja der erste meines Lebens in einem Heim aufgewachsen. Und das waren nur Heimbeziehungen. Also das kann man nicht als richtige Beziehung sehen. Und das ist jetzt endlich mal eine Chance. Also ich habe in Mainz so viel, so viel, dass ich jetzt mal so sagen muss, aber so viel Scheiße gebaut. Und da war das einfach ideal. Freundinnen kennengelernt, die hergezogen, einfach nochmal ein neues Leben anfangen. Aber weißt du, das ist ja interessant, dass du mir das jetzt am Ende noch gesagt hast, dass es deine eigentlich erste richtig große Liebe ist. Ja. Umso mehr sollte man alles mögliche unternehmen, diese Liebe auch zu schützen und zu retten und zu stabilisieren. Und da ist so ein Weg, den ich gerade vorgeschlagen habe, sicher eine Möglichkeit. Es ist keine Garantie, dass es gut funktioniert. Ja. Aber es ist eine Möglichkeit. Okay. Okay. Pass auf, jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an und geben dir die Telefonnummer, die nötig ist, die du brauchst. Mhm. Okay? Okay, vielen Dank. Alles Gute, Jerry. Alles klar, schönen Abend. Tschüss. Tschüss. In der Technik, heute Nacht, Gundel, Blendien. Morgen wieder Freitagendacht, 1 Uhr Radio und live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, ich sage es immer wieder, dann ist es einfacher durchzukommen oder ihr könnt auch mailen unter domian.wdr.de. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017